Ich bin Rose, ich bin 30 Jahre alt und lebe hier im Herzen von Berlin. Ich bin glücklich verheiratet und mein liebenswerter Kater, Sammy, leistet mir zu Hause Gesellschaft. Ich bin auch ein großer Fan von Pflanzen und Tieren. Sie bringen so viel Leben und Energie in mein Zuhause. Aber was mich dieses Jahr wirklich überglücklich gemacht hat, war etwas Persönliches. Meine Eltern haben mich offiziell adoptiert, sogar noch im Erwachsenenalter. Ich war nämlich ein Pflegekind und meine Adoption wurde damals abgelehnt. Mit dieser Adoption ging mein sehentlicher Wunsch in Erfüllung. Mein größter Erfolg in diesem Jahr besteht darin, dass ich erkannt habe, dass meine Selbstliebe und die Pflege meines eigenen Körpers Vorrang vor der Arbeit oder dem Stress der Außenwelt haben müssen. Leider leide ich an Endometriose und Adenomiose. Meine Periode ist unglaublich schmerzhaft und das beeinträchtigt mein tägliches Leben. Endometriose bedeutet, dass Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst. Das kann starke Schmerzen verursachen, die oft mit den Schmerzen von Wehen verglichen werden. Ich trage Ouya-Produkte nicht nur während meiner Periode, sondern auch zum Schutz im Alltag. Mit Blick auf das Jahr 2024 wünsche ich mir vor allem weniger Stress und eine Pause für mich selbst. Danke, dass ihr euch meine Geschichte angehört habt.